ARD Text im Auftrag von Funk Wir werden's überleben Ja, das sagst du so In meinem jugendlichen Leichtsinn, ne? Überleben ist hier immer so ne Sache So, was haben wir denn jetzt an Steinen? 2,5 Stacks So richtig was Großes draus bauen kann man da noch nicht, ne? Man kann ja klein anfangen Hauptsache wir wohnen nicht mehr in diesem Erdloch da unten Da kriegt man nämlich den Höhlenkoller Den Höhlenkoller Ja, ist so Also manchmal ist ja der Anfang von Minecraft immer das Spannendste Manchmal ist aber auch das Langweiligste Ich weiß nicht, ich bin da so sehr zwiegespalten Ja, wovor ich immer ein bisschen Bammeln hab Ist bei Minecraft so, dass ich dann irgendwann an den Punkt komm Wo ich mir denk so, was bau ich denn jetzt, was mach ich denn jetzt Und dann steh ich da so rum Das ist so, wo ich keinen Bock drauf hab Was aber oft passiert, ne? Das ist mir noch nie passiert, also So, deswegen bin ich dann auch immer froh drum Also, wobei ich aber im Vorausstand sagen muss So, erhofft euch da nicht immer so viel davon Wenn ihr irgendwelche Ideen oder sowas Dann einfach so in die Kommentare reinhaut Ja Und, ne, wenn da irgendwas cooles dabei ist Dann schreib ich es mir irgendwie raus Und dann kann man da dann ganz cool drauf zurückgreifen Wenn man wirklich gerade selber keinen Einfall hat Ja, richtig Das Problem ist natürlich, dass ich Die Einfälle, die ich habe, ja auch noch für meine normale Singleplayer brauche Und nicht alles hier mit einfließen lassen kann Toll, mein Schipp ist kaputt Ja, sicher Ich meine aber trotzdem Also, es gibt ja auch Sachen, die man vielleicht dann auch einfach besser zu zweit machen kann So, ähm Das ist wahr Ne, also, wo du dann so viel farben musst oder so Dass das einfach für einen Singleplayer schon nahezu unrealistisch erscheint Bei so, bei manchen Ideen Also, wir sind übrigens auch dazu geneigt Vielleicht kann man hier an der Stelle schon mal ein bisschen spoilern Für wirklich Aktionen, die, äh Wirklich eigentlich unmöglich sind Zu farmen Ähm Dass wir da hier ab und an vielleicht sogar mal, ähm Zwischenzeitlich auf den Creative Mode dann umsteigen Also, aber wirklich dann nur so Ausnahmen Wo man wirklich dann nicht anders kann Wo man sonst Etwas ich vier Folgen lang durchfarben müsste Um dann irgendwie, äh Oder noch länger Oder Ne, ihr wisst schon, was ich meine Seid ihr da mal nicht so sicher Ja, woher recht hast, hast du recht? Deswegen musste ich auch so lachen, weil Ja Man sagt dann aber so schön, ihr wisst schon, was ich meine So, ähm Nein Denken sich da wahrscheinlich die meisten Nein Nee Müssen wir nicht Das ist sowieso grad nicht so, ne? Was kann man denn zum Beispiel mal so als Beispiel nehmen? Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt Hast du Kohle? Äh Hast du Kohle? Könnt ihr sagen? Abgebaut, ist gut Nee, äh Ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir leid Ich überlege Ja, sag mal ein Beispiel, was man zum Beispiel im Creative Mode machen könnte dann Ne große Kathedrale Ja, richtig so mit, äh Äh Diamantblöcken und hast du nicht gesehen und, äh Ne, alles Sachen, die man halt nicht mal eben so erfarmen kann, die halt so gar unmöglich scheinen So 70 Blöcke hoch, 80 Blöcke breit und hast du nicht gesehen? Richtig So was könnte man dann, wenn wir das unbedingt bauen wollen würden, dann im Creative Mode machen Also da sind wir auch jetzt nicht abgeneigt, das zwischendurch zu machen Auch wenn Cheaten an sich mal ungern gesehen wird, aber für so Ausnahmen finde ich das persönlich auch nicht in Ordnung Du 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 du, hier sind voll die Schatten hier, die Wie ein bisschen ärgert ist, dass hier nicht mal ein Cave oder so kommt Pass auf, jetzt kommt einer Weil ich habe Ja, aber das hat den jetzt hier, jetzt habe ich auch die Schatten, hau ab Haha, ich dachte den hat die ganze Zeit nicht Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Wenn mal, soll man nicht mal Eine Fackel hinsetzen, dann ist alles gut Ne, ich hasse das, wenn man nur ein Ding zum Graben hat Ach Achso, ja dann geh ich wieder Ne, das meine ich dann nicht Gib mir mal Kohle, ich wollte eigentlich nur noch drei Kohle haben Ich brauche drei Kohle Ja hier, dann gebe ich dir die Hälfte hier Ich brauche nur drei und nicht die Hälfte Ja Danke Das ist ein Geben und Nehmen Nur deswegen bin ich runtergekommen, ich brauche die Kohle Ich habe oben alles schon verbraucht, tut mir leid Aber bist du am Fackel setzen wie ein Weltmeister oder was? Ne, ne Hör mal, ich habe noch kein Eisen gefunden, ne? Ja, da war ich vorhin richtig fix, ne? Ja, ich würde mich ja mal darüber freuen Bei dem ganzen Rumgebuddel hier gleich mal irgendwie mal einen Cave zu finden, aber Irgendwie Du hast das ganze Eisenverbrauch gehabt, ne? Hast du gesagt Ja, für die Werkzeuge, die du die ganze Zeit benutzt Ne, die Schaufel ist schon kaputt Schaufel haben wir noch, willst du meine haben? Ne, ist gut Ich habe mir jetzt eine Steinschaufel gemacht, ne? Kannst du mal gesagt mal hochkommen, weil es wird zu langsam wieder dunkel draußen Also Mach noch ein paar Blöcke, aber Ne? Ne? Scheitzweißt Hier unten wird das nicht dunkel Oder es ist die ganze Zeit dunkel Schon mal drüber nachgedacht Jetzt habe ich grad schon wieder hier Mit den Schatten? Ne, da irgendwie auf einmal ein Gravelblock dann ein Steinblock ist Hm Joa, kommst du hoch zum Schlafen oder? Ja Cool Du buddelst noch, ich sehe es ganz genau Ne, ich habe noch eine Fackel gesetzt Ist aber zugemacht So, muss ja alles ja eine Richtigkeit haben hier Ja, allerdings Oh, ist ja schön, das ist ja sogar eine Wiese jetzt unter unserem Blumen Unter unserem Nachttopf hier Oh, ich hasse dann, wenn hier keine Treppen sind Ja, bau doch mal welche Ne Wir können den Stein noch für andere Sachen gebrauchen, ey Wir fangen hier noch nicht an Treppen zu bauen Wenn du siehst, was ich hier oben mit Steinen gemacht habe, dann haust du mich sowieso Ich bin gespannt Ne, ne, ich habe nur ein paar Öfen gebaut, ich brauchte ein paar Was geht da noch? Was denn alles rein? Glas ist er am Wachen Boah, er denkt mit Alter, da hätte ich ja jetzt gar nicht dran gedacht, ne? Aber wirklich nicht Also, fürs Haus brauchen wir doch Glas, oder? Ich dachte mir vier Sticks reichen dann schon Du meinst, wofür ich meine Schüppe verbraucht habe? So Holz Oh, ich habe da nichts zum Reintun gerade Ich habe ein paar Samen übrig, die kann man aber Jetzt weiß ich, was noch fehlt, Moment Also, irgendwie ein bisschen kacke der Cave-Eingang hier So, hier endlich So, kann ich mich endlich mal waschen hier Ah, schönes Bad nehmen Ah Oh, das ist aber Fail, was ich jetzt hier gemacht habe Was hast du das? Der Gedanke war so, oh, das ist hier irgendwie ein bisschen blöd Warte mal, das ist ja auch doof Ja, jetzt können wir ja nicht mehr da hinten sitzen, da sind ja Sachen drin Was willst du machen? Mann, das ist mir alles so grenzwertig hier Das ist doch schön So, ein bisschen springen und so Ja, so Oh, ich nehme noch aus unserer Kiste und dann Oh, der war nie wieder gesehen So, wollen wir schlafen, oder? Ja, ich erstmal mal kurz weit vorm Schlafen gehen Achso, das ist ne gute Idee Mal so Schnitzen reinpfeifen Ja, muss ich sagen Ja Träume was Schönes Ja, träume doch auch was Schönes Nacht Nacht Kann ich mal was trinken, wenigstens hier nachts Guten Morgen Ah, meine Knochen tun mir wie den ganzen Tag gearbeitet Ah Und schön hier mal nicht so an Ja, unten nochmal Bad nehmen Ich war unten im Bau Ah Eigentlich müsste man hier Feuer drunter machen, damit das Wasser auch warm wird Kann man in so'n kleinen Ding angeln, ne? Weiß ich nicht Ich hab auch vorhin das erste Mal geangelt Beim Sepp hier auf dem Server Ich bin ein totaler Angeln-Noob Guck mal, ist dat nicht herrlich Ne, ich wollte grad das da hinsetzen Ey, warte, Baum Das denn? Das ist doch nur Deko Vielleicht explodiert uns der Cave hier unten Und der Baum schießt da einfach raus BUM Findest du nicht gut? Ah, er hat was gewisses, aber ungewohnt Och Doch lass, das ist gut So Mein Sohn rennt draußen rum Gut, ich hab jetzt unheimlich viel Stein Und bla Warte mal, ich geb dir auch einfach mal Willst du das ganze Ding nur Stein bauen und auch ein bisschen Holz wenigstens? Ja, wir können ja auch ein bisschen Holz nehmen Aber ich hab erstmal gedacht, so die Grundlage vielleicht so'n bisschen Achso Ja, dann sollen wir da oben mal eine Grundlage schaffen jetzt, ja? Ja, ey, ich will jetzt hier nicht der Entscheider sein oder sowas Also das war so Ja, das können wir jetzt machen, ist gut Aber wenn ich wollte ich Die Scheiße ist halt Ich wollte hier noch ein Stück von runter, damit wir eine größere Fläche haben Aber das ist jetzt wieder so viel Aufwand, ne? Ach was, komm Dreck kann man auch immer gebrauchen Aber nur eine Reihe runter, ja? Oder was? Naja, klar Ich furchse hier nicht an Ja Ach ja Das ist immer so eine sehr spannende Arbeit hier irgendwas zu begradigen Naja Aber da muss man halt Also ich hab immer Ich hab aus Fehlern gelernt, sagen wir mal so Am Anfang immer nur mit dem zu arbeiten, was man hat Und mittlerweile denke ich mir halt, komm ey Da machst du dir halt mal ein bisschen mehr Arbeit Dafür sieht das hinterher auch was aus Naja, meistens sieht mein erstes Haus immer Müll aus Und da wohne ich dann immer die ganze Zeit drin und äh Achso, wenn du danach gehst, weil mir sehen alle Häuser Müll aus Naja Und dann denke ich mir immer, ach, baust du mal irgendwann ein großes und ziehst dann um Aber irgendwie, äh, wohne ich hier schon seit 123 Folgen in diesem Scheißhaus da Mittlerweile ist ja das untere Stockwerk von meinem Haus Also ich hab auch mal ein zweites Stockwerk gebaut Und das untere ist ja zum Monsterfalle geworden Aha Ja, ich hab den Killing Room, äh, quasi in meinem Haus reingebaut Wenn man mir mal gerade einfällt, ist, wo ich dich hier gerade mal hab, so, ähm Ja Ich war ja letztes Jahr noch bei euch da auf dem Server ein bisschen rumgerannt, ne? Ja Und da war ich in so einem Raum mit gelbem Boden Und da war so ein Schalter Und dann hab ich den umgelegt Und dann hab ich Irgendwelche Vorgänge Hören können, aber nicht nachvollziehen können, was jetzt genau passiert ist Was ist da passiert? Na, was? Ein Raum mit gelbem Boden? Und da war der Schalter links an der Wand, oder was? Ja Ähm, normalerweise geht dann oben das Licht an Okay Aber ganz schön, äh, laut Und dafür, dass da halt im Prinzip nur Licht ist, was da angeht Und dann hörst du da Und die ganzen Pistons und was weiß ich, was ich da oben alles tut Und dann geht das Licht an Ja, da wird halt das Holz weggezogen Dann wird der Glowstone da hingeschoben Und, äh, ne? Oh nein, ich hab keine Schaufel mehr Das dauert halt gerade Ich hab mir gerade eine gemacht Eine aus Stein Hättest du das gesagt, hätte ich dir eine mitgebracht Ja, meine ist dann gerade kaputt gegangen Ich hab nicht mitgedacht Ja, da ist der hier oben Mach dir lieber eine ohne, brauchst du ewig Ja, ich wollte mich quasi auf dem Rückweg die Reihe noch mitnehmen Und wenn du ewig brauchst, dann ist das schlecht, weil dann brauche ich nämlich auch länger Da ist er dran Ah, da sind wir schon, wupp, unreiner Oh, falsch, egal Ich hör bei dir die Grabgeräusche Ein bisschen, haha Ich denk gerade so, was ist das denn? Ich hör bei ihm die Grabgeräusche Ja, die Grabgeräusche Hier auf dem Friedhof gibt's Grabgeräusche Ne, ich weine so über deine, über deine Lautsprecher Leute, ich hör mit dem Kopfhörer Dann hör ich dir immer deine Kopfhörer Ja, mein Mikrofon ist doch scheiße empfindlich Du lässt dich da richtig zudrehen, ne? Wumms, wumms, so ganze Abbaugeräusche Eigentlich ist das gar nicht so laut, ich hör das kaum Aber das Mikrofon ist echt empfindlich Deswegen will ich mir jetzt auch, ähm, eine große Membran holen Ja, auch mein Plan, aber erst mal gucken Ich hab noch andere Sachen, die halt auch Geld kosten, die ich mir holen Wollen würde Wie gesagt, die hatten wir ja drüber gequatscht mit der größeren Festplatte Und hast du nicht gesehen und so Ne, aber es gibt ja die Tipe und so ein, ähm, Toadgast Bundle Da ist, ähm, kostet gerade nur 119 Euro Das geht eigentlich für den großen Membran Und der soll von der Tonqualität hier richtig gut sein Also... Ach, der, äh, ein Kollege von mir, also hier, der auch im TS oft ist, ja Der Snow, der hat, ey, boah, im PvP muss echt irgendwann ausmachen Ähm, der hat gesagt, dass sobald, das war wohl auch der Gamescom auch Auch wenn dann ne Sache, wo ihr das vielleicht in die Kommentare reinhauen könnt, weil ich weiß nicht mehr wie das heißt Da kommt wohl irgendwann ein Mordsmäßiges Headset raus mit, äh, 10.1 oder sowas Was wohl richtig geil sein soll, also auch komfortabel und so Und ich hab ja momentan das Rocket Cave Das liegt auch richtig schön auf den Ohren Also, ist halt zwar letztens kaputt gegangen, aber ich hab's umgetauscht und dann auch ein neues gekriegt Ich würd's auch immer wieder neu nehmen Ich hab ein Logitech Shed Comfort oder sowas Ist total, äh, es hat eine ganz gute Qualität, aber sehr empfindlich, wie man halt hört, ne War, viele, äh, schwer mehr, so für das G35, ne Das ist das, wo man dann ein bisschen doch die, äh, Sounds, äh, verzerren kann Ja, genau, wo dann, ähm, ja, eher hoher, tief, anlasslich sind und ich für meinen Teil Find das total unbequem Das ist ja so eins von den Headsets, äh, viele können aber dann nur zustimmen und Sagen, jo, das ist scheiße, wo der halt dann irgendwann auf die Ohren wehtut, wenn du das länger an hast So, das hab ich beim Rocket Cave zum Beispiel gar nicht Ich hatte noch nie irgendwo, äh, äh, Probleme damit, dass mir das irgendwann dann auf dem Kopf irgendwie unangenehm wird oder so Ich find das ist halt mega bequem Ja, komm, das reicht jetzt erstmal beim Platz, ne Das ist ja schon wieder Das hat jetzt die zentrale Mitte Ich hab das nur hingesetzt, weil ich keinen Bock hatte, nach unten zu laufen wegen der Schaufel So, wir gucken jetzt, warte mal Die Reihe muss noch weg hier Was ist da hinten für eine gerade Wand eigentlich? Ich muss mal ganz schnell da rüber rennen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 21 mal 21? Ist so schön Wir wohnen zu zweit, ne? Jaja, da brauchen wir schon ein bisschen Platz 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 Lalalala Das mit dem Vaepunkt ist echt praktisch dann, finde ich wenigstens wieder nach Hause, ich verlaufe mich sonst immer Ich hab zwar schon immer die Minimap drauf, aber ich vergesse immer Vaepoints da sitzen Ja, wir hatten ja früher auf dem Server dann halt mit Spawns, ach mit TP und so, also mit Portpunkten Oh, das könnten wir hier auch machen, so ist es nicht Sieht das nach einer angenehmen Größe aus hier? Wo bist du denn überhaupt? Ich bin weit weg, aber von hier aus sieht es ganz gut aus, ja Ist halt viereckig, ne? Willst du ein viereckiges Haus bauen? Ah, ich weiß es nicht Aber man kann ja hinterher noch anbauen, ist ja nicht das Problem Ja, richtig, das hab ich halt auch gedacht, ich dachte erst mal so ein... Das ist doof, lass uns lieber was kleineres machen, ne? Wo wir erst mal... Aber sich weckt hier schon wieder, ich kann die Schweine nicht töten Aha Entschuldigung, ich muss das grad mal sagen Ja, ja, ich hab... Ich überlege auch noch, also ich hab jetzt nicht deswegen hier gerade in den Gehalt, ich überlege ich grad Und beim überlegen, was ist das denn? Sepp... Ist das ein Baum hier, den du gepflanzt hast? Wo? Hast du hinten Bäume gepflanzt? Ich hab keine Bäume gepflanzt, nein Was ist denn da dann hier? Ach, dann mal kaputt Wo bist du denn? Ich glaub, das ist ein vertrockneter Seppling, glaub ich Auf den Sand, oder was? Ja? Ja, ja, da wachsen vertrocknete Sachen, das ist normal Schlecht Kennst du hier von Minecraft gar nicht mehr aus, oder? Boah, der ist schon wieder so lange...